Heute gibt es einen kleinen Cage-Breaker. Wir holen einen Trailer-Breakdown nach, und zwar zu Spider-Man Into the Spider-Verse. Und wir widmen diese heutige Episode dem Herrn, ohne den das Spider-Man-Universe anders ausgesehen hätte, wenn es denn überhaupt entstanden wäre. Steve Ditko, der Peter zusammen mit Stanley kreiert hat und auch meinen Liebling, Doctor Strange, mit erschaffen hat, ist, wie wir seit vorgestern Nacht wissen, Ende Juni verstorben. Ist eine traurige Nachricht für die Comic- und Kulturwelt, eine große und besondere Persönlichkeit hat uns hier verlassen. Wir sagen, mach's gut, Steve, für uns wirst du immer durch deine Arbeit weiterleben. Ein letztes, lieb gemeintes Ditko Out. Das Thema passt, wie gesagt, heute recht gut. Schauen wir uns an, was sie mit Ditkos Legacy hier so treiben. Los geht's. Uns wurde in diesem Trailer direkt ein wenig mehr Miles Morales vorgestellt. Teenager, definitiv ein Nerd, künstlerisch veranlagt, wie es scheint, und verpeilt. Scheint außer der klassischen Pubertätsproblematiken eine grundsätzlich gute Beziehung zu seinen Eltern zu haben. Sie haben den Jefferson Davis in dieser Welt zu einem Cop gemacht, was ich als ganz interessante Anpassung empfinde, wenn man seine Entwicklungen und Hintergründe in den Comics bedenkt, wo eine deutliche Affinität zu derartigen Organisationen und Strukturen da ist. Wir wissen noch nicht, ob sie in irgendeiner Form das Elterndrama aus dem Quellmaterial nutzen. Bleibt abzuwarten, die Möglichkeit besteht aber definitiv. Hier schieben wir was anderes dazwischen, weil es sich gut anbietet, das in diesem Zuge zu behandeln. Die Autofahrten mit seinem Dad im Polizeiwagen zeigen schon mal sehr schön einen Aspekt, der den Humor in diesem Film ausmachen wird. Diese hier angetiste Beziehung zu seinem Vater, der ziemlich gut mit dem klassischen Dad-Charme und Witz ausgerüstet scheint, ist absolut mein Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Vergleich zu Spider-Man Homecoming beispielsweise für ausgeglichenere Humormomente sorgt. Wir haben einen Teenager und vieles spricht dafür, dass ganz natürliche Problematiken in diesem Alter usw. zentral sein werden. Aber eine dominante, erwachsene Figur im Hintergrund des Protagonisten zu haben, ist für mich definitiv spannender als die Homecoming-Konstellation. Die Origin wird dann nicht ausgiebig behandelt, aber das Wichtigste kommt rüber. Radioaktive Spinne, beißt, boom, Spider-Man. Sehr cool angedeutet wird da die visuelle Umsetzung der inneren Konflikte, wo Comic-Elemente den animierten Weg oder Soundeffekte gestalten. Als nächstes hatten wir dann den großen Spider-Man-Block, der mir besonders zusagte, weil dabei sehr intensiv die Welt dieses Films vorgestellt wurde. Ein akzeptierter und 50-50 gefeierter Held, der über den Dächern und zwischen den wunderbaren Wolkenkratzern New Yorks unterwegs ist. Diese ganzen Bilder haben so viel Energie und Wirkung, was einen schon irgendwie einsaugt. Und dann sieht man im nächsten Moment Miles im urbanen, sportlichen Look durch die Stadt schlendern und das Ganze wird verdoppelt und verdreifacht. Hier werden die beiden Figuren auch auf einen gemeinsamen Weg gebracht. Miles kommt Spidey quasi in die Quere bei einem Kampf gegen Ultimate Creed and Goblin, wo Peter den Jungspund rettet und feststellt, dass dieser genauso ist wie er selbst. Er spürt den Spiderling in Miles. Danach schaut es so aus, als würde Parker die Mentorenrolle für Morales übernehmen, aber auf seine ganz eigene Art und Weise. Wir sehen eine Art Secret Layer, einen HQ für Spider-Man mit verschiedenen Anzügen, schaut alles hochprofessionell aus. Doch im nächsten Moment zeigt sich dieser Peter Parker als etwas älterer, verpeilter Typ, der finanziell nicht gut genug dasteht, um sich das Fast Food Menü leisten zu können. Man kommt irgendwie nicht drum rum, sich vorstellen zu können, dass das hier tatsächlich eine gealterte Fassung vom Holland Spider-Man ist, vor allem weil er Miles dann auch diese Regeln gibt. Es ging nicht darum, die Welt, sondern eine einzige Person retten zu wollen. Das ist so eine Aussage im Stil, sei kein Avengers Levelheld, sondern zunächst mal nur die freundliche Spinne von nebenan. Eine Lektion, die Stark in Homecoming Peter einimpfen wollte, die auch für seine Entwicklung entscheidend war. Und das hier schaut eben nach der nächsten Generation in diesem Sinne aus und die Lektion wird ja auch noch ergänzt mit dieser persönlichen Note, er soll ja nicht versuchen, es wie Pete zu tun, sondern wie er selbst. Hier wird der schon erwähnte Ton rund um Morales komplett entfaltet dann und diese umgekehrte Fallszene schaut so wahnsinnig ultra cool aus. Das wird eine Geschichte, die sich damit beschäftigt, wie Miles seinen Weg vom normalen Jungen zum jungen neuen Ultimate Spider-Man findet, wie diese Identität Sachen für ihn schwerer machen wird und ihm beispielsweise auch Konflikte mit seinen Eltern beschert. Hier konnte man übrigens seine Fähigkeit sehen, wie er sich unsichtbar macht. Aber gleichzeitig wird schon angedeutet, dass er in diesem Prozess sein wahres Ich entdecken und öffnen wird und das schaut sehr gut aus. In Sachen Schurken haben wir mit diesem Trailer Bestätigungen für beispielsweise den Prowler, der, wie ihr natürlich wisst, der Onkel von Miles sein sollte. Der Ultimate Green Goblin ist unterwegs und wird viel Zerstörung und Gewalt in diese Welt bringen und auch der Kingpin wird in diesem Projekt auftauchen. Es ist durchaus vorstellbar, dass da noch mehrere böse Figuren verwendet wurden, die sie jetzt einfach noch nicht preisgeben möchten. Mich würde es auch nicht wundern, wenn selbst in dieser Animationsfilmwelt sowas wie die Sinister Six auf- oder sogar direkt eingesetzt werden. Und dann hatten wir noch diese eine Szene, wo Miles Quellmaterial gerecht in einem Spidey-Fan-Kostüm seine neuen Kräfte testet und trainiert. Mir gefällt gut, dass Parker scheinbar vor allem beim Webshooter die klassische wirft den jungen Vogel aus dem Nest und schau, ob er fliegen kann-Methode anwendet, was wiederum dabei helfen sollte, Humorelemente des Films früh zu verstehen. Pete wird nicht nur ein Mentor sein, sondern auch ein entschärfendes Humorelement. Als Kind gebliebener Erwachsener, was die ganze Balance weiter unterstützen wird. Als nächstes schlug dann noch Gwen Stacy auf und stellte sich als eine weitere Spider-Variante vor, was Miles dann auch dazu bringt zu fragen, wie viele es denn von ihnen gäbe. Definitiv etwas Meta, wie sie es einsetzen, vor allem weil Peter dann darauf sagt, Save it for Comic-Con. Klar, sehr witzig, wenn man nur daran denkt, wie viele Leute als Spider-Man-Vergleiter den allen möglichen Varianten normalerweise auf diesen Events und Conventions rumrennen. Ich betrachte diesen Moment aber auch noch als Teaser für wirklich einige noch zu erwartende Spider-Varianten in diesem Film. Keine Ahnung, wer alles verwendet wird, aber wenn sie das Thema Spider-Verse richtig entfalten, werden wir ein ganzes Line-Up von Wallcrawlern aus den verschiedenen Universen zu sehen bekommen. Ein paar allgemeine Punkte noch zu diesem Trailer und allgemein zum Projekt. Ich finde es wirklich ansprechend und interessant. Spider-Man-Sachen haben es bei mir immer ein bisschen schwieriger, aber der Animationsstil, ganz speziell dieser Stil hier, der flasht mich jedes Mal, weil das alles funktioniert und so cool ausschaut. Wenn 3D und 2D aufeinandertreffen, fotorealistisch auf abstrakt comicartig, sehr, sehr reizvoll und gut anzuschauen. Das Setting, die Figuren, wie sie bisher zu sehen waren und vor allem auch der Ton dieser Welt von Miles Morales, das schaut alles unglaublich aus. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dieser Film kann bei mir einen Ticken mehr Interesse wecken als alle bisherigen Spider-Man-Realfilme. Mit dem Venomverse will ich das hier gar nicht erst in Zusammenhang bringen. Jeder geplante Film in diesem anderen Teiluniversum stinkt bei mir gegen das hier locker easy ab. Ich bin auf einiges gespannt, wie sich der Animationsstil über Blockbuster-Länge schauen lässt, ob die Geschichte so gut wird, wie sie im Trailer angeteast ist, was sie langfristig mit dieser Animationsteilwelt vorhaben und vor allem auch, welche Folgen es hätte, wenn das hier wirklich ein Erfolg wird, was ich durchaus glaube. Denn ich habe mich mehrfach dabei ertappt, den Trailer zu schauen und mir vorzustellen beziehungsweise zu wünschen, dass das in gleicher Art als Miles Morales-Realfilm umgesetzt wird. Vielleicht noch ein paar Jahre warten, bis Tom Holland seinen dritten Film, einen weiteren Avengers-Streifen und sowas wie die Sinister Six auf dem Buckel hat und dann Morales intelligent im MCU einführen und Holland's Spider-Man als Mentor verbauen. Kann ich mir vorstellen, würde ich mir absolut anschauen. Das war es dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.